Big Herman is watching you. Die Grünen München protestieren gemeinsam mit ihrer Jugend gegen den Bayern-Trojaner. Ein öffentliches Wohnzimmer symbolisiert, wie es ist, wenn der Staat den Menschen ins Wohnzimmer spioniert. Privates muss privat bleiben. Liebe Leute, Bürgerrechte und Freiheit, das ist in Bayern noch nie ein Thema gewesen, was die CSU hochgehalten hat. Der Bundestrojaner ist ein Bayern-Trojaner und ich habe jetzt hier zwei wirklich gute Leute, die was in der Sache dazu sagen können. Das eine ist hier Konstantin von Notz aus dem Deutschen Bundestag und das andere ist Thomas Pfeiffer, einer unserer großen Experten im Bereich Bürgerrechte, Sicherheit und IT. Und ja, erklärt mal, was es auf sich hat. Naja, der Trojaner-Fall, den wir jetzt haben, ist ein echter Skandal, weil eben hier ganz offensichtlich, ganz bewusst Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umgangen wurden mit der Konstruktion einer bestimmten Software. Und ich glaube, dass uns das Thema die nächsten Tage und Wochen noch sehr intensiv begleitet, weil es eine Menge von Dingen noch aufzuklären gilt in den nächsten Tagen. Wer ist für was verantwortlich? Wer hat was veranlasst? Und das werden wir Grünen sowohl hier in Bayern und im Landtag kritisch voranbringen, als auch auf der Bundesebene. Ich meine, die CSU hat ja diesen tollen Slogan näher am Menschen, aber irgendwie nehme ich sie nicht so ganz ab. Wenn man sich mal anschaut, wie sie sich verhalten haben vor wenigen Wochen im Landtag, da ging es um die Abstimmung, ob jetzt Polizisten und Polizistinnen gekennzeichnet werden sollen, haben sie sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Gleichzeitig ist die CDU, CSU und vor allem auch die FDP, die sagen, wir wollen kein Informationsfreiheitsgesetz. Also wir wollen den Menschen in Bayern, also den Bürgerinnen und Bürgern, nicht das Recht geben, tatsächlich in Akten der Staatsregierung einzusehen. Und wenn man das beides mal zusammennimmt, da denkt man sich eigentlich schon, welches Menschenbild hat eigentlich die CSU? Da kraut es mir ehrlich gesagt davor. Da kraut es mir ehrlich gesagt.